Hallo, ich stehe hier im windigen, regnerischen Salvador. Trotz der niedrigen Temperaturen ist die Stimmung wirklich hervorragend, denn gleich beginnt das große Spiel Spanien gegen Holland. Und was hier gestern los war, als Brasilien gespielt hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Vielen Dank. Da Brasilien und Betritte vor allem gegen der japanische Schiedsrichter gefeiert wurde, war Thomas Müller aus Bayern recht enttäuscht. Das war sehr, 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 sehr schwach. Es war ja Not gegen ihn, das wäre der Hammer. Es war ja echt scheiße anzuschauen, muss man schon mal sagen. Aber zum Glück haben wir hier Party gehabt und es war, muss man sagen, ganz so gut. Das war meine Stimmung ganz gut, aber das Spiel an sich. Er glaubt, dass Deutschland Brasilien bezwingt. Aber ohne Probleme, ohne Probleme. Ich kann nicht meine Oma grüßen. Meine Oma und Oma, sei längst mal hinfällig.